Link, er ist so mächtig, selbst du kannst ihn nicht schlagen. Bitte, ihr müsst ihm helfen. Jetzt bin ich gespannt, was hat sich hier am Plateau verändert und damit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. So, zunächst ein weiterer Schrein, den wir natürlich besuchen werden, Ryogok-Schrein. Gucken, was sich dahinter verbirgt, das nackte Überleben oder wieder irgendeine Kampftechnik oder vielleicht doch mal wieder ein Rätsel? Eine Kraftübertragung, okay. Bababababa. Ah. Okay. Verbinden. Ne? Ne? Dann immer das. Passiert aber nichts, ne? Wir können es zwar... Wir können es aber nicht drehen. Kann man das einzelne denn drehen? Passiert auch nichts. Okay. Kraft übertragen. Irgendwofür muss das Ding doch auch gut sein, oder? Ah, okay. Machen wir es so. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man da einfach gegenhauen kann. Hatten wir sowas schon? Nein, nicht. So, was ist hier unten? Unten ist nichts. Aber ich nehme an, dass hier hinter dem Zahnrad irgendwas sein wird. Gut. Nein, auch nicht. Okay. Okay. Nein, passt. Hier passt was nicht. Wir bräuchten hier eine Stange für. Ich muss gerade gucken, ob man... Ach, das können wir lösen? Ah, okay. Versteher. Versteher, versteher, versteher. Hier. Hier. Okay. 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 Wir verbinden beide Stangen. So. Perfekt. Lassen die jetzt aber hier oben. Beziehungsweise haben wir noch irgendwo irgendwas? Ich glaube tatsächlich nicht. So. Perfekt. Oben angekommen. Kann ich mal eben gucken, ob wir... Ich denke nicht, dass sich dahinter noch irgendwas versteckt, oder? Naja. Das passt so. Und ein weiteres Segenslicht. So, kommt jetzt Leute. Ich will auf das Vergessen der Plateau. Ich will gucken, was sich geändert hat. Lasst es uns gemeinsam... Erkunden. Schon... Schon komisches Gefühl. Nach all den Jahren wieder hierher zurückzukehren. Ich bin jetzt bedenkt, wie alles begonnen hat. Bin mal gespannt. Ob wir irgendwo was sehen, woran wir uns erinnern können. Oh, Gott. What the hell? Oh, Gott. Kann man da irgendwas noch machen? Was ist denn hier mit den Dingern? Das sind die Hände. Das sind die ekelhaftesten Monster, die es im ganzen Spiel gibt. Es gibt nichts Schlimmeres. Komm schon. Haben wir noch eine Bombe? Nein, 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 nein. Nur noch eine ist übrig, nur noch eine ist übrig. Komm. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh wie ekelhaft. Wie ekelhaft sind sie denn? Ich habe keine Pfeile mehr. Noch irgendwelche hier liegen? Okay, jetzt habe ich mir das hier auf dem vergessenen Plateau nicht vorgestellt. Kann ich auch eine Bombe einfach hier in die Hand nehmen? Oh, okay. Das klappt hervorragend. Moment. Moment, 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 Moment. Was ist das? Finsterklumpen? Boah, okay. Wie bekämpft man diese Hände denn am effektivsten? Scheiße. Boah, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir so willkommen werden hier auf diesem Plateau. Schleichglöckchen. Das ist echt krass. Das ist verdammt krass. Monsterlager. Das ist ja jetzt hier dieses Stück Wald im Endeffekt. Ist aber auch nirgendwo Dynamit oder sowas. Und erstmal weiterlaufen. Gucken, ob wir noch irgendwie was cooles finden, bevor wir uns jetzt hier nur gegen ein Monster stellen. Da oben ist ein Krog. Oder sowas ähnliches. Wir können nur den bewegen. Okay, und was ist der Sinn? Den da irgendwie rauszuholen, oder? Na ja. Okay. Weiß ich grad nicht. Wir gucken uns mal weiter um. Einen Eber. Steine. Überall gibt's hier Steine. So. Aber der Schrein des Lebens und so weiter. Das wird jetzt natürlich interessant. Hier geht's hoch. Genau. Sehr schön. Okay. Waren wir an die legendäre Stelle von Breath of the Wild. Hier ist die Fackel. Mal gucken, ob wir hier den Schrein des Lebens auch suchen können oder ob der jetzt auch verschwunden ist. Pilze sind, glaube ich, auch genau da, wie sie in Breath of the Wild sind. Auch auf diesem Felsen. Auch zwei Stück. Ein Rumi. Tatsächlich, wir können rein. Der Schrein des Lebens tatsächlich. Okay. Mega interessant. Wir haben aber leider immer noch keine Pfeile. Jetzt aber. Jetzt aber. Das war's. Das war's. Okay, das finde ich cool. Dass man hier wenigstens auch geheilt wird. Aber wiederum finde ich's schade, dass hier wirklich sonst nichts mehr drin ist. Aber es ist schon ein eigenartiges Gefühl, ehrlich gesagt. Tja, und hier hat damals alles begonnen. Genau. Genau. Hier. Auf diesem Plateau. Okay. Passt uns mal zur Zitadelle. der Zeit. Gucken, was da so los ist. Wird mich jetzt nicht wundern, wenn da ein Kriok drin ist. Das ist auf jeden Fall eine Höhle. Und hier ist ja auf jeden Fall Safe & Coke drunter. Das war ja anzunehmen. So. Hier haben wir auch noch direkt eine Höhle. Kleine Höhle. So, ich bin gespannt. Ruinen des Tempels der Zeit. Genau. Heißt der jetzt hier anders. Oh ne, tatsächlich nicht. Aber noch zerrütteter auf als vorher. Definitiv. Das war vorher wesentlich weniger zerstört. Aber klar, durch den Kataklysmus auch hier hat sich ein bisschen was ereignet. Und jetzt lasst uns beten. Vergessenes Plateau. Schlosstor. Gefangen. Auf dem Grunde des Wassers. Auf dem Grunde des Wassers. Auf dem Grunde des Wassers. Okay. Auf dem Grunde des Wassers. Eine Höhle. Also irgendein Rätsel gilt es hier irgendwie zu lösen. Funkelfrüchte. Boah. Oh. Oh, hey. Gut. Oh. Ah. Oh. Oh. Oh eh. Ich sehe alles. Hey, du da, ich kann den Schatten des Todes auf deinem Gesicht sehen. Ich bin ein Mode-Wahrsager. Willst du, dass ich dir die Zukunft voraussage? Ja, bitte. Also dann. Doch, deine Kleidung spricht für sich. Auf dir lastet eine gewaltige Aufgabe. Äußerst nobel. Ja, wie ein Ritter, der eine Prinzessin zu diensten ist. Und mit dieser Macht unterdrückst du die Schwachen. Um den Bösen zu dienen. Siehst du, meine Weiszeigungen waren korrekt. Und als Gegenleistung hätte ich gerne dein Leben. Ja, das war ja schon... Das konnte man ja schon raushören. Ich brauche eine schnellere Waffe. Sonst gibt es dir nichts. Wenigstens ein paar Rubine. Aber... Die Statue... Die muss irgendwie wohl doch noch ein Rätsel mit sich bringen. Irgendwas... Muss hier gemacht werden. Gucken wir gerade mal weiter. Vielleicht gibt es auch hier die... Oh. Ähm. Wir hauen direkt mal besser komplett drauf. Sonst, äh... Hat er uns gleich. Okay, wir kommen hier gerade nicht durch. So... Aber hier wird ja mit Sicherheit... Ich wollte gerade sagen... Hier... Hier muss es irgendwas Besonderes geben auf dem Plateau. Königsschild. Okay. Sehr cool. Das Sprungschild nehmen wir mal raus. Okay, 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 okay. Hier ist ein cooler Flügel. Also bisher kann ich hier keine Höhle finden oder keinen... Vielleicht irgendwo einen Brunnen, den ich übersehen habe. Oder irgendein Loch. So, hier nicht. Wir lesen gerade noch mal. Vergessenes Plateau. Schloss-Tor. Befangen. Auf dem Grunde des Wassers. Okay, aber was für ein Tor. Oh. Was für ein Tor. Ist jetzt hier die Frage. Ich könnte überlegen, gab es noch anderes in... Hier auf dem Plateau. Klar, den schreiendesten Lebens hatten wir. Den haben wir uns angesehen. Das passt. Und wir haben auch gesehen jetzt die Kathedrale, beziehungsweise Tempel der Zeit. Ausdauerling. Haben wir hier noch einen Stützpunkt? Das ist ja... Oh, das ist das alte... Das ist das alte Haus von dem alten Mann. Moment. 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 Knapp daneben ist auch vorbei Nein Wobei, Moment, es sind ja Ich hab nicht genug Bananen Ich glaub, hier kämen drei Bananen eher rein Alter, was ist denn hier los Kommt man hier auch irgendwie rein oder hin oder Ich glaub von hier aus gerade gar nicht Wir haben hier gar keinen Zugang Nö Wir kommen tatsächlich da überhaupt nicht drauf Zumindest nicht regulär Schön, dass ich ja eben mein Sprungschild dann abgegeben hab So Zack Bananenkisten Oh, Jiga Ich muss auch jetzt sagen Drumherum stehen ja auch alles voll mit Jiga Also offensichtlich ging's grad nicht Ich hab's natürlich nicht gecheckt Oh Was zum Wer ist der Ist das Link Link ist hier Auf zum Gegenangriff Oh oh Das hat sich nach Koga angehört, oder? Oh nein Dafür bin ich aber noch nicht bereit genug, Leute Vor allem nicht bei dem Gewitter jetzt auch noch Moment Mit dem Topaz-Stab So So Ah Sekunde Wir können nochmal reinhauen mit dem Topaz-Stab Sehr nice Schwertbanane Komm Lass mich rein jetzt Das bist gar nicht du, Koga Es tut mir leid Es tut mir leid, es tut mir leid Ich mache mich sofort an die Arbeit Ähm Was? Du hast die Jägerbande vertrieben? Das heißt, ich kann jetzt nach Hause gehen? Oh Ich kann eigentlich gar nicht gut nähen Aber die Jägerbande hat mich gezwungen Diese komische Klamotte anzufertigen Warum und wofür? Ich habe nicht die leiseste Ahnung Aber wahrscheinlich sind sie wegen meiner schicken Zagono-Kleide auf mich aufmerksam geworden Ich will nicht, dass sie dieses von mir gefertigte Teil kriegen Aber mit mir herumtragen will ich es auch nicht Ich habe eine Idee Du kannst das Teil haben, wenn du willst Sauber Eine Maske wie jedes Mitglied der Jägerbande trägt Sie bedeckt das ganze Gesicht und reduziert so Atemgeräusche Perfekt zum Schleichen Bietet aber nur wenig Schutz Sie scheint der Jägerbande wirklich wichtig zu sein Aber mir sind sie eher ziemlich egal Außerdem habe ich mich sowieso schon so gekleidet Damit ich einem Mädchen meine Gefühle gestehen kann Sie heißt Nobo Und ist wirklich süß Und auch so modebewusst Sie muss jetzt in einem der Ställe sein Okay, mach mal Echt jetzt? Ich kann zum Jäger werden? Okay Aber wenn es davon einen Helm gibt Beziehungsweise eine Maske Dann gibt es ja auch noch mehr davon So, wir ziehen uns aber jetzt mal wieder um So Lesen Abteilung für Bandenrundbriefe Hauptquartier Strengst vertraulich Punkt 1 Neue Ersatzfahrzeugmodelle Einführung neuer Mindestqualifikation Die Erdmanipulation zu beherrschen Okay Wo das jetzt nicht so sonderlich interessant ist Aber diese Karte hier ist sehr interessant Die fotografieren wir uns mal Hier sind wir auf dem Plateau Unten in der Wüste Klar bei dem Alten Oben In den Hebrabergen Und dann rechts oben auch noch Neben dem Todesberg Das fotografieren wir mal Nicht schlecht Nicht schlecht Nicht schlecht Ich finde aber Es Reicht dann auch jetzt hier mit dem Gewitter Oh Oh Was sagen Der ist aber Der ist aber gar nicht so weit oben Boah Der Schatten Dazu Richtig cool Mich würde aber jetzt mal viel mehr interessieren Was da oben jetzt ist Diese legendäre Wand Kennt ihr alle Was würde mich jetzt wirklich mal interessieren Mal gucken mal Aber trotzdem Haben wir immer noch nicht diese Diese Höhle gefunden Also dieses Dieses Schlosstor Oder was das jetzt auch immer ist Wollen wir uns mal anlegen Und Wird er aufmerksam Ja Wird er Dagegen kämpfe ich aber gewiss noch nicht Habe ich zu wenig Pfeile für übrig Die müsste ich anderweitig ausschalten Aber dass sich hier die Jägerbande so breit gemacht hat Hätte ich jetzt nicht vermutet Aber was für ein Schlosstor Schlosstor Gefangen Im Wasser Das ist wirklich Ein eigenartiger Text Was haben wir hier Ich glaube nicht dass wir Schon alles hier auf dem Plateau gesehen haben Kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen Hier wird es noch irgendwas anderes geben Hier unten bei den Ruinen vielleicht noch irgendwas Hier war glaube ich ja der Der Schrein Und sonst gibt es hier aber auch gerade gar nichts mehr zu sehen Okay Oh doch Moment 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 So Entdeckt Der Ostabgrund am vergessenen Plateau Sehr gut Vielleicht sollten wir hier einfach mal runter Mal gucken was es hier so gibt Vielleicht gibt es ja hier irgendwas besonderes Hat kurz geleckt Hatte ein bisschen Angst hier Funkelfrucht Funkelfrucht So Hier Okay Es sieht schon ein bisschen anders aus Ich weiß nicht wieso aber es Es ist was anderes Es sieht ja hier eher aus wie eine riesen Tempelanlage Hier lässt sich ja eher was wirklich richtiges bauen Machen hier auch mal den Scheinwerfer dran Ich weiß nicht Ich lasse das Ding gerade mal ein bisschen weiter hier drüben. Warum gibt es hier keine Wurzel? Wir schauen mal, wo wir jetzt hier herkommen. Oh mein Gott. Oh. Oh, 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 oh. Okay. Vergessene Zentralmine. Okay, sehr interessant. Ich glaube, dass es hier schon was Spezielleres doch noch zu holen gibt. Ich glaube nicht, dass das hier alles gewesen ist. Okay, da ist die Wurzel. Oh, wow. Okay. Ich glaube, hier passiert irgendwas Größeres. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020